Ich bin Steff Eisemanns von der Gernerei von Wodke aus Moor und verkauf hier auf dem Wochenmarkt in Stuttgart Lebensmittel aus kontrolliert logischem Anbau. Zum größten Teil aus eigenem Anbau gerade, umsonsten auch aus dem Kollegenkreis, regional und früchte natürlich auch aus dem südlichen europäischen Raum. Dreimal die Woche hier in Stuttgart. Untertitelung des ZDF für funk, 2017